Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Play S&P Live YouDream. Ja, ähm, wir sind auf dem Weg zum Flughafen, ohne Auto. Da uns der Autoführerschein entzogen wurde, weil ich mir so dachte, hm, ich hab sie bookt auf dem Autoführerschein, ich hätte aber gerne null. Ja, okay, lass mal noch drei drauf tun. Und dann ist natürlich so optimal. Wenn man dann noch irgendwas mit dem Auto machen will. Ohne Autoführerschein, ja. Ist ja nicht schade, damit man ohne Autoführerschein nicht fahren darf. Also, fahren darf im Sinne von der Server bietet ist und nicht im Sinne von den Regeln verbieten ist. Ähm, natürlich nachvollziehbar, dass du ohne Lizenz nicht fahren darfst, dass du dann irgendwie angehalten musst oder so. Aber damit jetzt ganz ehrlich hier, ähm, man, man daran gehindert wird zu fahren, ja, ähm, finde ich blöd. Was ich ziemlich geil finde, das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen, auf dem Server, wenn, ähm, mattet. Mir fällt sich rein. Ähm. Was mache ich mit meinen Fingern? Ich weiß nicht. Ähm. Finde ich lustig. Naja. Ähm. Scheiße, wo war ich? Ähm. Scheiße. Scheiße. Nein. Ach komm, das gibt's nicht, oder? Ich werde nicht echt vergessen, wo ich war. Ähm. Ich hab's vergessen. Alter, das gibt's nicht, ne? Ich weiß überhaupt nicht mehr, worüber ich gerade geredet hab. Alter. What the fuck? Ja, ziemlich gruselig. Vielleicht fällt es mir wieder ein. So. Dann. Läuft da, du, und ich höre es nicht. Hey. Ähm. Finde ich gut. Dann, 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 dann. Wo war ich denn jetzt? Das gibt's doch nicht, oder? Ich will, dass dir jetzt wieder einfällt. Ähm. Das war bestimmt wichtig, ja? Das hätte ich nicht vergessen. Und ich jetzt zurück kann ich mir merken, weil wichtig ist nicht. Ne. Äh, ich weiß es echt gar nicht mehr. Ähm. Ja, nächste Folge werde ich dann aber wieder damit kommen, weil... Ich guck mir dann einfach den Anfang in dieser Folge an und weiß es sofort. Gut, und was kann ich da noch sonst reden? Ähm. 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 Genau, ich hätte mal einen Fall gern an euch, ja, an meine gesamte Zuschauerschaft hier. Ähm. Nicht an die gesamte Zuschauerschaft, ja. Äh, an die Leute, die Minecraft und SAP gucken, ja? Der Rest kann jetzt wegschalten, nein, natürlich nicht, es kommt doch irgendwas Spannendes, ja. Ich brauch mal eine Viewtime. Ähm. Ich will wissen, wo ich gerade war, das gibt's nicht. Naja. Ähm. Und zwar, obwohl... Meinetwegen, die, die nur SAP gucken können, dürfen auch mal einen Kontakt da schreiben. Ja, ich bin heute mal gnädig. So, dann hab ich wieder... Ich wurde gerade kurz gestört. Ja, dafür weiß ich wieder, wo ich war, ja. Ähm. Bevor ich mit meinen Fingern hier unterbrochen wurde, hab ich darüber geredet. Genau, wie man das verbessern könnte, oh Gott, ich dachte jetzt, das hab ich schon wieder vergessen, ja. Wie man das verbessern könnte, das mit dem, du hast keinen Autoführerschein willst fahren. Und zwar gibt es ja diese, in Anführungszeichen, Animation, wenn du, ja, in SMP, beziehungsweise allgemein in San Andreas betrunken bist, wo dann eben der Bildschirm so blöd rumwackelt und seine Steuerung total versagt. Äh, warum macht man das, das denn nicht einfach, wenn man keinen Führerschein hat? Nee, ich mein, ganz ehrlich, so bescheuert fährt doch sonst keiner, als man wird eigentlich, ähm, ja, eigentlich werden alle im Umfeld rechtzeitig gewarnt können, angreifen, wenn es Polizisten sind. Nicht angreifen, eingreifen. Habe ich eingreifen oder angreifen gesagt? Das kann man sofort wie eingreifen, weil ich dachte, habe ich aber eingreifen gesagt. Hm. Naja, jedenfalls, ähm, würde dann schon so raus, würde man dann schon raussehen aus der großen Masse? Okay, die haben keinen Führerschein, die schon. Ähm, genau, und deswegen, würden dann, äh, ja, die Polizisten das gleich sehen. Und, naja, die ist sehr wichtig und man könnte dann ja natürlich auch theoretisch ohne Schein fahren, ne? Das, alter, wie viel? Ja, genau. Ich kaufe mir jetzt ein Lotto-Ticket. Lotto. Ähm, 13. Warum die Nummer 13, ja? Mit der hatte ich schon öfter Glück. Ich weiß nicht, warum. Es passt eigentlich nicht, ja. Aber, ich habe mit der 13 einfach Glück. Das stimmt irgendwie nicht, aber, naja. Ich schätze, ich gewinne sowieso nicht, aber, YOLO. Das ist sowieso nur 20.000, scheiß drauf. Wenn es jetzt 85 Milliarden wären, dann würde ich natürlich gewinnen, ja. Aber es sind es nicht. Doch, mein Lotto. Los. Wird der Checkpoint jetzt wieder höher. Glaube ich zumindest, oder? Und es gibt einen Fehler. Ja. Ein Lotto. Ähm, wenn wir mit dem Finger drauf sagen. Hier, hier, hier. Ah, ne, das seht ihr nicht. Ähm, ja. Jetzt kürzlich war was und ich habe hier, hier gemacht und auf meinem Bildschirm rumgetippt, damit sich der ganze Bildschirm noch von der Dinge geschaukelt hat. Äh, ebenso total übertrieben. Also, hier, ja. Hier oben bei... Hier. Äh, ein Ticket kostet 1200, ja. Und dann minus 1500, ja. Ich glaube, die verarschen mich. Tz, tz, tz. Naja. Was soll man machen, ne? Das schnell das Fahrwerk ausfällt. Ich bin falsch. Scheiße. Wollen wir mal schnell eine Runde... Ich habe keinen Spießhund mehr. Lord, was ist denn hier los? Okay. Ich hinterfrag nichts. Gott, weiter nach oben. Okay, alles gut. Also, wo wir da vom Thema waren, ja. Ähm, da würden sich dann die Leute, die, ähm, ja, keinen Führerschein haben, klar hervorheben von denen, die sie an Führerschein haben, eben, da sie zu halbem Schritt fahren. Außerdem geht das Auto schneller kaputt, weil man damit eben ganz leicht mal einen Unfall baut und so. Ähm, naja, ich finde es eigentlich eine sehr perfekte Lösung. Natürlich kann man jetzt sagen, es ist unrealistisch, weil wenn du den Führerschein nochmal gemacht hast und ihn verloren hast, dann weißt du ja, wie man fährt. Aber es ist auch nicht sehr viel realistischer, dass man nicht mehr ins Auro einsteigen kann, oder? Als Fahrer. Ich meine, ich bin auch schon auf dem Fahrerschein gesessen, ohne dass ich einen Führerschein habe, ne? Okay, ich bin auch nicht gefahren, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, gut, wir haben außerdem gleich Payday, ja. Mal gucken, wie viel wir kommen. Und ich muss aufpassen, damit ich jetzt nicht die Folge falsch beende, weil... Ich habe kurz, wo ich gestört wurde, die Staubur weiterlaufen lassen. Und ich tatsächlich jetzt zu früh beende. Nee, ich werde ungefähr bis zwölf Minuten laufen lassen, jetzt sind wir bei acht. Also bei euch ist es jetzt so sechs bis sieben Minuten, schätze ich. So, fünf Minuten noch bis zum Payday, ja? Das bekommen wir gerade noch so miet. Eventuell. Vielleicht auch gleich zum Beginn der nächsten Folge und ein waghaltiger Skant. Stunt. Und weiter geht es natürlich mit unserem Nevada. Und I Love Radio, das wir gar nicht hören, ja. Läuft bei uns. So, aufpassen, dass ich nicht gegen ein Haus fliege. Komm, wir versuchen, da zu landen. Also ganz oben. Oh, oh, Sklamberg oder was? Oh, 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 oh. Ich habe Sound. Warum höre ich den Sound nicht? Komm. Alter. Was gibt es doch nicht? Spiel. Lass mich klicken. Danke. Ah, ja. Logisch, Sound, das ist falsch. 43. Die 43 war schon mal dran. Das weiß ich. Das habe ich mir gemerkt. Ich weiß, dass schon mal die 43 ein Lotto-Checkport war. Warum habe ich denn die 13 genommen? Wahrscheinlich, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass eine Zahl zweimal dran kommt. Auch wenn das purer Zufall ist. Naja. Äh, von wo bis wo gehen die Zahlen eigentlich? Da steht eine Nummer. Ich meine, die Nummer ist ja auch 5 Milliarden, 284 Millionen, 235.518. Aber ich denke nicht, dass das funktioniert. Wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen 0 bis 100. So rein vom Schätzen her. Wenn ich es wissen müsste, würde ich sagen, ich weiß es nicht. So. Na, mein Geld bekommt ich am nächsten Payday. Der ist ja bald. So, jetzt rennen. Machen wir jetzt doch kurz ins nächste Flugzeug. Obwohl. Doch, 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 doch. Ich werde jetzt noch ein bisschen offscreen shoppen. Äh, ja, damit wir das nicht ein bisschen mehr Geld haben. Und, ja, werde jetzt noch eine kurze Aufnahmepause machen bis zum Payday. Und, ja, sobald ich die Payday mache, mache ich nochmal kurz die Verabschiedung. Ja, bis gleich. So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Pay S&P Live for a Dream. Ähm. Ich hätte jetzt eigentlich gar nicht so eine Begrüßung machen müssen. Eigentlich hätte ich jetzt sagen müssen, hallo, zurück. Oder, da bin ich wieder. Oder, jetzt haben wir gleich Payday. Ja, ähm, ich habe kurz ein bisschen im Voraus, ähm, ähm, die Aufnahme gestaltet, so heißt's. Ach, das ist so kompliziert. Äh. Gott. Ähm, nein, natürlich nicht. Ähm, die Aufnahme wurde gestartet. Ja. Ende. Ich bekomme auf jeden Fall 17.000. Und mal gucken, was noch drauf kommt, ja. Ähm, ich weiß nämlich nicht, was ich jetzt noch zwischen den letzten und diesen Payday gefarmt habe. Ähm. Ja, ich weiß eben nur, die eine Runde, die ich vorhin auch zwischen gemacht habe, war vorhin. Das war vor ungefähr fünf Stunden. Neun Stunden. Vor neun Stunden war das. Gott, bin ich schon lange wach. Ist ja gut, scheiß Vögel. Ne? Ja, na, das passiert, wenn man die Natur im Leben lässt, ja. Dann fliegen vorm Fenster irgendwelche scheiß Vögel und Wiedeln. So, ich bekomme. Ach Gott, ja. Ich bin ein richtiger Vogel-Lebhaber. So, ich bekomme. Äh, 3000. Äh, nee, 33.600 Dollar. Mit einem Steuerabzug von 336 Dollar. Was ist das für Steuern? Ne, ich, jetzt mal ganz ehrlich. Gehen wir einfach von der Realität aus, würde ich jetzt einen Steuerabzug von minus 20.000 bekommen, bis minus 25.000, grob geschätzt. Also die Steuern sind nicht ein bisschen wenig, oder? Naja. Ähm, ja, dann bekomme ich noch keiner als viel Geld. Einziger von nur qua 1%, welcher 203 Dollar entspricht. Mein Konto stand der Vorbetrag, äh, 203.321 Dollar. Und ich hatte ein Bargeld, bietendweise habe noch ein Bargeld von 11.900 Dollar. Respekt, da habe ich plus einen bekommen. Äh, habe ich jetzt 3 plus 12 oder hatte ich 3 plus 15? Ich muss kurz nachgucken. Ähm, hier. Ich habe jetzt 3 plus 12. Außerdem, ja, kostet mein Handyvertrag, so grob geschätzt, das Fünffache von meinen Steuern. Also ganz ehrlich, ne? Das sind wir gleich hier, ja. Und auf, wie heute hat der Part gefallen, ja, stelle ich es mal wieder ein, hier bei Let's Play S&P Live. Bis dann und tschö.